Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erläutere ich das Grundprinzip von Transformatoren an einem einfachen Wechselstrom-Transformator. Dazu zunächst der Aufbau. Ein Transformator besteht aus einer Primärseite, wenn ich so will, die Eingangsseite, und einer Sekundärseite, wenn ich so will, die Ausgangsseite. Auf beiden Seiten befindet sich eine Spule, die in aller Regel um einen Eisenkern gewickelt ist. An die Primärspule wird die Eingangsspannung angelegt, an der Sekundärseite bekommt man als Ergebnis eine Ausgangsspannung. Weiterhin sind hier N1 und N2 angegeben. Das ist jeweils die Wicklungszahl der einzelnen Spulen. Die sind also in aller Regel unterschiedlich. Hier zum Beispiel 400 Wicklungen, auf der Seite dann zum Beispiel 200 Wicklungen. Es gibt zwar auch den Fall, dass die Wicklungsanzahl gleich ist, aber das ist ein Spezialfall. Transformatoren arbeiten grundsätzlich nur mit Wechselspannung, und zwar sinusförmigen Wechselspannung. Auch darauf gehe ich gleich noch näher ein. Transformatoren setzen sehr einfach sinusförmige Wechselspannung herauf oder herab. Das heißt, ich kann eine Spannung von 230 Volt sehr einfach auf über 2000 Volt herauf setzen, wie wir gleich in einem Beispiel noch sehen werden. Hier ein Bild eines typischen Transformators, der die hohe Spannung der Überlandleitung für eine Wohnsiedlung oder ein einzelnes Haus herabsetzt. Der ist also hier zylinderförmig und da ist der Abgriff der Sekundärseite und von hier oben werden die primärseitigen Leitungen in den Transformator hineingeleitet. Wie bereits gesagt, besteht der Transformator aus einem ganz einfachen Aufbau, aus zwei Spulen mit N primärseitigen Windungen und N sekundärseitigen Windungen und einem geblechten Eisenkern. Der Eisenkern dient dazu, die magnetischen Kräfte, die hier entstehen, zu bündeln und gut auf die andere Seite zu übertragen. Das heißt, der Eisenkern soll für magnetische Wirkungen einen geringen Widerstand aufweisen. Er soll aber einen hohen elektrischen Widerstand besitzen, damit er sich nicht aufheizt. Daher sind die Eisenkerne von Transformatoren mit großer Sicherheit geblecht ausgeführt. Sie bestehen also aus einzelnen zueinander elektrisch isolierten Blechen. Da die Primärseite und die Sekundärseite elektrisch überhaupt nicht miteinander verbunden sind in dieser Variante, es besteht also keine elektrische Verbindung von der einen Seite zur anderen, sondern nur eine magnetische Kopplung, trennt der Transformator die Sekundärseite von der Primärseite galvanisch. So wird das genannt. Wie Sie vielleicht wissen, haben Spulen an einer Wechselspannung einen wesentlich größeren Widerstand als an einer Gleichspannung, was hier ganz klar bedeutet, dass ein Transformator Gleichspannung auf der Primärseite kurzschließen würde. Schließe ich an der Primärseite eine Gleichspannung an, so besteht der Widerstand, auf den diese Gleichspannung trifft, nur noch aus dem Drahtwiderstand dieser Spule und der ist sehr gering. Das heißt, die Gleichspannung würde kurzgeschlossen, es würde keine Übertragung stattfinden und das Ganze würde wahrscheinlich anfangen zu brennen, wenn nicht irgendwelche Sicherungen, die da vorgeschaltet sind, das Ganze abschalten. Also zum Betrieb von Gleichspannung sind Transformatoren generell nicht geeignet. Ich kann damit keine Gleichspannung heraufsetzen oder herabsetzen. Die entsprechenden Schaltungen sind um ein Vielfaches komplizierter als der Transformator. In der Energietechnik, da wo es um große Leistung und Energiemengen geht, werden Transformatoren nach wie vor sehr häufig eingesetzt. Etwas weniger häufig werden sie mittlerweile in Kleingeräten eingesetzt. So ist zum Beispiel das Schaltnetzteil für einen Laptop kein Transformator, sondern wie der Name schon sagt, ein Schaltnetzteil. Das ist eine sehr komplizierte Schaltung, deren Entwicklung sicherlich sehr aufwendig war. Früher hat man sowas mit Transformatoren und Gleichrichtern realisiert. Allerdings sind die entsprechenden Geräte, die mit Transformatoren aufgebaut sind, wesentlich schwerer, größer und letztlich sogar teurer als die viel komplizierteren Schaltnetzteile. Zur Funktionsweise. Schließt man an der Primärseite eine sinusförmige Wechselspannung an, so wird durch die Primärwicklung ein sinusförmiger Wechselstrom I1 fließen. Dieser sinusförmige Wechselstrom wird einen magnetischen Fluss erzeugen, denn ein elektrischer Strom ist immer mit magnetischen Wirkungen verbunden. Dieser magnetische Fluss wird in diesem Eisenkern gebündelt und durchsetzt nun auch die Spule auf der Sekundärseite. Das sind diese beiden grünen Linien, die in diese Richtung zeigen. Das soll der magnetische Fluss sein, der von dem Strom I1 in dem Eisenkern erzeugt wird. Auf die dritte grüne Linie komme ich gleich noch. Nun wird ja diese Spule auf der Sekundärseite von dem magnetischen Fluss Phi durchdrungen. Der magnetische Fluss ändert sich sinusförmig, genauso wie der Strom I1, der diesen magnetischen Fluss erzeugt, sich ebenfalls sinusförmig ändert. Und das führt dazu, dass in dieser Spule schlicht und einfach eine sinusförmige Wechselspannung induziert wird. Das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte auf der Sekundärseite eine Spannung induzieren, möglichst mit einem anderen Wert als auf der Primärseite. Das grundlegende Prinzip liegt also, wie so oft in der elektromagnetischen Induktion. Ich habe hier einmal das sogenannte Induktionsgesetz angegeben, U2 gleich minus N2. N2 ist ja die Anzahl der Windungen auf der Sekundärseite mal D Phi nach Dt. D Phi nach Dt bedeutet, dass die Spannung auf der Sekundärseite von der Änderung des magnetischen Flusses abhängig ist. Gibt es keine Änderung im magnetischen Fluss, so wird dort auch keine Spannung induziert. Das drückt dieses D Phi nach Dt aus. Für praktische Belange ist das Induktionsgesetz für den Elektroniker nicht so wichtig. In dem hier gezeigten Fall hat die Spannung U2 nun eine andere Polarität als die Spannung U1. Da aber an sich hier von einer Polarität gar keine Rede sein kann, denn es handelt sich um sinusförmige Wechselspannung, bedeutet das in diesem Fall, dass die Spannung U2 gegen die Spannung U1 um 180 Grad Phasen verschoben ist. Deshalb ist dieser Richtungssinn in die andere Richtung gerichtet gegenüber diesem Richtungssinn. Die Phasenverschiebung spielt aber in aller Regel auf der Sekundärseite keine Rolle. Es ist also hier unwichtig, dass diese Spannung gegenüber der eingangsseitigen Spannung um 180 Grad Phasen verschoben ist. Dreht man den Wicklungssinn auf der Sekundärseite einfach um, so ist diese Phasenverschiebung auch daraus genommen. Sobald ich also hier eine Spannung anschließe, die einen sinusförmigen Strom erzeugt, wird auf der Sekundärseite eine sinusförmige Wechselspannung U2 induziert, auch dann, wenn gar kein Strom abgegriffen wird auf der Sekundärseite. Wird nun aber ein Strom auf der Sekundärseite abgegriffen, so erzeugt auch dieser Strom einen magnetischen Fluss, der dem ursprünglichen magnetischen Fluss genau entgegengesetzt ist. Das ist durch die dritte Linie hier angedeutet, deren Richtungssinn umgekehrt ist zu dem Richtungssinn der beiden ursprünglichen Feldlinien für den magnetischen Fluss. Dadurch wird also der magnetische Fluss, der auf dieser Seite erzeugt, geschwächt. Insgesamt ergibt sich ein schwächerer magnetischer Fluss. Dadurch wiederum wird aber der Strom I1 ansteigen, denn ein schwächerer Gesamtfluss bedeutet, dass der Blindwiderstand dieser Spule kleiner wird, damit wird der Strom größer. Das heißt, die Schwächung des magnetischen Flusses wird zum Teil durch einen größeren Strom I1 auf der Primärseite ausgeglichen. Das bedeutet ja wiederum auch, sobald ich eine Last hier anschließe, wird auch der Strom I1 größer werden. Zum Schaltbild. In aller Regel wird das Schaltbild des Transformators so angegeben, wie wir es hier sehen, mit einer Spannung auf der Primärseite, mit einer Spannung auf der Sekundärseite und zwei Wicklungen, die sich gegenüberstehen. Die wichtigste Eigenart, die Sie sich unbedingt merken müssen, bei einem Transformator steckt in dieser Formel. Und zwar verhält sich die Spannung U1 zu der Spannung U2 wie das Windungsverhältnis N1 dieser Spule zum Windungsverhältnis N2 dieser Spule. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie diese Spannung U2 bei gegebener Spannung U1 und bei gegebener Windungszahl N1 beliebig herauf- oder herabsetzen können, indem Sie einfach die Anzahl dieser Windungen erhöhen oder herabsetzen. Zum Teil geschieht das sogar dadurch, dass bei manchen Transformatoren sogenannte Mittelanzapfungen möglich sind. Das heißt, es wird hier zum Beispiel aus der Mitte eine weitere Klemme nach außen geführt. Klemme ich nun die äußerste und die Mittelanzapfung an, habe ich eine andere Windungszahl, als wenn ich von oben nach unten abgreife. Somit habe ich dann auch schon eine andere Spannung auf der Sekundärseite. Das führt tatsächlich dazu, dass es mit Hilfe des Transformators extrem leicht ist, sinusförmige Wechselspannungen stark herauf- oder stark herabzusetzen, so wie man es gerade braucht. Dazu rechne ich nun ein kleines Beispiel durch. Ich nehme dabei an, dass eine Spannung U1 von 230 Volt auf 24 Volt herabgesetzt werden soll. Die Anzahl der Windungen auf der Primärseite sei in diesem Fall schon festgelegt mit N1 gleich 300. Erste Frage, die sich hier stellt, wie viele Windungen müssen auf der Sekundärseite vorhanden sein? Ich nehme die eben geschilderte Gleichung U1 verhält sich zu U2 wie N1 zu N2 und stelle diese Gleichung nun auf N2 um. Das ist also hier schon geschehen. So brauche ich nur noch die Werte einzusetzen. N2 ist gleich 24 Volt geteilt durch 230 Volt mal 300. Das heißt, ich brauche 31,3 Windungen auf der Sekundärseite. Die nächste Frage, die ich hier stelle, ist die nach dem Übersetzungsverhältnis. Und zwar wird das Verhältnis von N1 zu N2, also das Windungsverhältnis der beiden Spulen zueinander, auch Ü gleich Übersetzungsverhältnis genannt. Das soll hier ausgerechnet werden. Ja, das ist ja nun sehr einfach. Ich teile einfach die Anzahl der Windungen N1 durch die Anzahl der Windungen N2 und komme hier auf ein Übersetzungsverhältnis von 9,6. Im nächsten Schritt soll nun die Spannung U2 berechnet werden, wenn der Trafo falsch herum eingesetzt wird. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Windungsanzahl N2 nun 300 beträgt und die Windungsanzahl N1 31,3 oder 31. Wenn nun aber auf der Primärseite 31 Windungen vorhanden sind und auf der Sekundärseite 300 Windungen vorhanden sind, so bedeutet das, dass die Spannung nicht mehr wie gewünscht von 230 auf 24 Volt herabgesetzt wird, sondern genau im umgekehrten Verhältnis diese Spannung drastisch heraufgesetzt wird. Die Gleichung ist nun hier einfach auf U2 umgestellt. Ich muss jetzt allerdings für N2 den Wert 300 einsetzen, da die Seiten ja vertauscht wurden. Für N1 entsprechend 31,3. Das Ganze muss mit 230 Volt multipliziert werden und ich komme hier auf den drastischen Wert von 2204 Volt. Anhand dieser Lösung C wird deutlich, dass es sehr einfach ist, eine Spannung auf im Grunde beliebig hohe Werte herauf zu transformieren. Das Problem, das dabei in der Praxis auftritt, ist allerdings das Problem, dass sich hohe Spannungen nur sehr schwer und unter Einhaltung großer Abstände isolieren lassen. Naja, und das Ganze zeigt natürlich auch, dass sowas in der Praxis gar nicht passieren darf, dass ein Transformator falsch herum angeschlossen wird, denn das würde ja hier in der Anlage zu einer Katastrophe führen, denn die daran angeschlossenen Geräte, die sollen ja nun mit einer Spannung von 24 Volt betrieben werden und nicht mit 2204 Volt. Das heißt, es ist ja aufgrund von elektrischen Durchschlägen und viel zu hohen Spannungen mit erheblichen Schäden zu rechnen. Und natürlich ist das Ganze lebensgefährlich. Im nächsten Abschnitt möchte ich die Leistung und die Ströme bei einem Transformator betrachten. Im einfachsten Fall wird der Transformator als verlustfreier Übertrager betrachtet. Übertrager ist ein Begriff, der für Transformatoren auch häufig verwendet wird. Wenn der Transformator verlustfrei arbeitet, dann heißt das also nichts anderes, dass die Scheinleistung auf der Primärseite gleich der Scheinleistung auf der Sekundärseite ist. Wenn ich nun davon ausgehe, dass ich den Cosinus V auf beiden Seiten des Transformators mit 1 ansetzen kann, dann wird die Betrachtung noch einfacher. Dann kann ich aus S1 P1 machen und aus S2 P2. P1 aber wiederum ist nichts anderes als U1 mal I1 und P2 ist nichts anderes als U2 mal I2. Wenn ich nun in dieser Gleichung U1 mal I1 gleich U2 mal I2 das Ganze so umforme, dass U1 durch U2 geteilt wird, dann steht auf der anderen Seite der Gleichung genau das Gegenteil davon, nämlich I2 durch I1. Es gibt also hier eine Überkreuzbeziehung. Sie sehen also in dieser Gleichung, ich habe das jetzt mal in rote Farbe geändert, dass auf der linken Seite die 2 bei der Spannung im Nenner steht, während sie auf der rechten Seite bei dem Strom im Zähler steht. Das heißt, das Übersetzungsverhältnisse der Ströme ist genau entgegengesetzt zum Übersetzungsverhältnis der Spannung. Das bedeutet in der Praxis nichts anderes, dass auf der Seite des Transformators mit der niedrigeren Spannung der größere Strom fließt. Aus elektrischer Sicht ist es dann einfach auch so, dass auf der Seite mit der niedrigeren Spannung in aller Regel die dickeren Leitungen installiert werden müssen und auf der Seite mit der höheren Spannung die dünneren Leitungen. Man kann auch in diesem Bild recht gut erkennen, dass die primärseitigen Leitungen wesentlich dünner ausgeführt sind als die sekundärseitigen Leitungen. Das hängt genau mit dem zusammen, was ich gerade erklärt habe. Auch hierzu nun noch ein kleines Rechenbeispiel. Hier die Datenquelle für dieses Bild und auch für dieses Datenblatt. Es handelt sich um einen Schaltschrank Transformator von Moore. Solche Transformatoren werden häufig in Schaltschränken eingesetzt, weil in Schaltschränken eben häufig auch Betriebsmittel installiert sind, die mit kleineren Spannung arbeiten. In diesem Fall ist es so, dass die Primärseite drei Anschlüsse hat, die Sekundärseite hat zwei Anschlüsse. Hier kann ich also 24 Volt abgreifen, während ich auf der Primärseite 0 und 230 Volt arbeiten kann. Ich kann also hier den Neutralleiter und einen Außenleiter anschließen, oder ich schließe zwei Außenleiter an von 0 nach 400 Volt. Nun zu der kleinen Aufgabe, die ich mir hier ausgedacht habe. Dieser Transformator kann, wie bereits gesagt, auf der Primärseite mit 400 Volt oder 230 Volt betrieben werden. Ich gehe hier davon aus, dass ich mit 230 Volt arbeite. Der Transformator arbeitet nicht verlustfrei. Das möchte ich voranschicken. Das ergibt sich aus den Daten, die da angegeben werden. Ich gehe hier davon aus, dass es sich um eine rein ohmsche Last handelt und wir auf beiden Seiten des Transformators mit einem Cosinus von Phi gleich 1 rechnen können. Berechnen Sie nun die aufgenommene Scheinleistung S1 bei voller Last auf der Sekundärseite. Im Datenblatt sehe ich nun, dass der Eingangstrom 0,82 Ampere beträgt bei einer Spannung von 230 Volt AC, also Alternating Current, Wechselspannung. Damit lässt sich nun die Leistung P1, die ja in diesem Fall der Scheinleistung S1 entspricht leicht berechnen, gleich U1 mal I1. Ich komme hier auf einen Wert von 188,6 Va, wenn ich das denn als Scheinleistung betrachte, bzw. 188,6 Watt, wenn ich das Ganze als Wirkleistung betrachte. Geben Sie die abgegebene Ausgangsleistung P2 an, das bezieht sich natürlich auch auf volle Belastung. Das lässt sich aus dem Datenblatt leicht ablesen. Wir sehen an dieser Stelle Ausgang, Ausgangsspannung 24 Volt und 160 Va Scheinleistung am Ausgang, was ja in diesem Fall, da der Cosinus V gleich 1 gesetzt ist, gleich der Wirkleistung am Ausgang entspricht. Also lässt sich das ganz einfach ablesen. P2 ist gleich S2 gleich 160 Va bzw. 160 Watt. Wie groß ist die sekundärseitige Spannung? Das habe ich bereits mit abgelesen. U2 ist gleich 24 Volt, und zwar eine Wechselspannung. Geben Sie den Übertragungsfaktor anhand der Spannung an. Ich kenne nun beide Spannungen. Auf der Primärseite habe ich 230 Volt, auf der Sekundärseite 24 Volt. Das heißt, der Übertragungsfaktor Ü ist sehr einfach anzugeben, indem ich U1 durch U2 teile. Ich komme hier auf einen Wert von 9,6. Anzugeben ist als nächstes der Primärstrom bei voller Last auf der Sekundärseite. Auch den Wert haben wir bereits abgelesen. Das ist dieser Wert 0,82 Ampere. Wie groß ist der Strom auf der Sekundärseite bei voller Last? Da ich bei voller Last auf der Sekundärseite eine Leistung von 160 Watt habe bei 24 Volt, ergibt sich somit I2 gleich P2 durch U2 ein Strom von 6,6 Ampere. Wie man hier leicht sieht, ist der Strom auf der niedrigeren Spannungsseite sehr viel größer als der Strom auf der Seite mit der höheren Spannung. Als nächstes sollen nun die Verluste ausgerechnet werden. Das ist sehr einfach. Auf der Eingangsseite habe ich eine Leistung von 188,6 Watt. P1 minus der Leistung auf der Sekundärseite P2, das sind 160 Watt, macht einen Unterschied von 28,6 Watt, die in diesem Transformator vollständig in Wärme umgesetzt werden. Damit ergibt sich ein Wirkungsgrad ETA von P2 durch P1, 160 Watt durch 188,6 Watt von 0,85. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video vermitteln, wie einfach ein Transformator arbeitet, welche wichtigen Gleichungen dort angewendet werden können und wie groß der Nutzen eines Transformators ist, aber wie groß auch die Gefahren sind, wenn er denn falsch angeklemmt wird. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen und bedanke mich vor allem für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.